Ein alter Mann wollte sterben, er war sehr aufgeregt, er hat sich auf die Schienen der Kleinwahn hingelegt. Die Kleinwahn hat Verspätung und 14 Tage drauf, da fand man seine Leiche als Dörrgemüse auf. Wir singen Strich und Rieb, Strich und Rieb, a jeder nebze Weib am liebsten ohne Kleid. Strich und Rieb, Strich und Rieb, a jeder nebze Weib zum Zeitvertrag ohne Kleid. A Frau, die ging ins Wasser, ich zog sie wieder raus. Auf einmal wurde ich blasser, ich rief vor Schrecken aus. Es war die Schwiegermutter, es hat nicht sollen sein. Ich glaub, es wär am besten, ich werf sie wieder rein. Wir singen. Am Mittagstisch der Ehmann sprach laut und ganz erregt, der Salat, der ist nicht waschen, ganz kreiselherheit schmeckt. Darauf, da sprach das Weibchen, beleidigt. Das ist nicht wahr, ich hab ihn fei gewaschen. Mit sein Feihai sogar, wir singen.